Willkommen zurück! Oh hey, hier unten ist ein Diamant. Äh, im letzten Part. Bowl Night. Die Stage war anfangs echt spaßig, muss ich ehrlich gestehen. Dann irgendwann nicht mehr so sehr. Muss ich auch ehrlich gestehen. Hä? Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Oh, der ist auch mein Tod. Oder auch gerade so nicht. Oh fuck. Habe ich gewonnen, wenn alle Dinger hier kaputt sind, oder wie? Muss ich das verstehen? Oh, achso, es geht hier tief. Achso. Na dann. Aua, au. Oh Gott. Nein, runter. Um Himmels Willen. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Am besten gehe ich erstmal da rüber. Boah, die Sprungkraft. Habe ich schon wieder total vergessen. Das ist ja ein Treasure Night super toller Stage so wahr. Das ist nicht wahr. Ach man, wenigstens die Truhe. Oh shit. Sehr, sehr schön. Oh fuck. Oh, Hallöchen. Na, Hallöchen. Na, Hallöchen. Na, Hallöchen. Na, Hallöchen. Na, Hallöchen. Hallöchen. Poppöchen. Das ist eine coole Stage irgendwie. Gib mal Zeug. Oh. Boah. Geld ohne Ende. Yeah. So, jetzt mal zu diesem Gold Knight da. Missionen mache ich überhaupt gar nicht. Besser ist, was? Obwohl, vielleicht mache ich das gleich auch mal. Ich will aber erstmal wissen, was das da alles für Knight... Nein. Für Knights sind. Das interessiert mich persönlich ja sehr. Oh. Also, da ging es runter. Machen wir erstmal das hier. Oder ich will es zumindest mal anschauen. Hallöchen. There's no way to punch through. I wish I could just dash through all this dirt. Ah, okay. Hm. Oh, je. So ein Level ist es also, ja. So wie das erste Item... Äh, das Level... Das... Ach. Das erste Level... Warum? Das erste Level dieser Art war so, dass man... halt ein Item, ein bestimmtes Item benutzen musste. Damals die Unsterblichkeit. Und hier ist es genauso, nur, dass ich hier diese Dinge halt benutzen muss. Und manchmal dann halt scheinbar random einfach runterfalle oder so. Ach, du heilige Scheiße. Hä? Ich... Hä? Also, ich habe gerade so einen richtigen Heuschnupfenanfall, also... Oder einen Allergieanfall, was auch immer. Irgendwas. Meine... Augentränen wie sonst sowas. Meine Nase läuft wie sonst sowas. Das ist... So, ich habe es nach einigen Versuchen erstmal gelassen. Genau wie das erste, weil... Ja. Ja. Und wen hätten wir hier? Polar Knight. Da oben hätten wir... Tinker Knight. Und hier oben hätten wir... Propellant. Na, das klingt schon mal richtig ätzend. So, Reihenfolge ist... So, so, so. Okay, das heißt, ich muss mit Polar Knight anfangen. Gehen wir aber erstmal zu ihm hier. Denn den haben wir noch nicht geschafft. Okay. Also, hier ist schon mal der Abgrund. Ich meine das jetzt. Äh... So, ja. Ich wollte gerade sagen, so könnte ich auch den Typen da unten mal töten. Geh mal weg hier. Ich sehe leider irgendwie viel zu wenig. Das ist mir jetzt nicht so geheuer. Aha, okay. Graben wir das Loch? Oh, nee. Nicht so ein Ding. Ah. Ach, ja. Wieder mein Lieblingsfeature. Wie man dazwischen sicher schon weiß. Ich habe nichts gesehen übrigens. Ach, Mann. Meine Nase, Alter. Irgendwas hat mir eine extrem allergische Reaktion jetzt gerade ausgelöst. So, weiter geht's mit den Versuchen hier. Ach, der dummer Hohrensohn. So. Was ist das? Nein. Ach, Mann. Muss das... Ist das... Muss das eigentlich wirklich sein? Ach, Mann. Ganz im Ernst. Was soll das denn? So. Mache ich das mal kurz ein bisschen anders? Okay. Und weiter geht's. Das war's? Ernsthaft? Oh, Mann. So, wofür steht denn hier jetzt dieses Shortcut? Ah. Okay. Ich gehe erst noch mal raus. Und kümmere mich erst mal kurz um meinen Freund Black Knight. Zeit, nachdem ich einmal kurz beim Trouble King war. Hallo. Also, ich hätte gern das hier. Ja. Dann sind jetzt scheinbar gerade meine Controller-Batterien leer, weil der Controller meldet sich gerade ständig von allein ab. Dann. Nein. Einmal das hier trinken. Und jetzt das bitte mit... Mit dem hier nochmal füllen. Ja. Dankeschön. Hüpf. Hüpf. So, jetzt schauen wir uns mal diesen Black Knight da hinten an. Den kennen wir ja schon. Ganz vom Anfang. Die Enchantress? With you by our side, Black Knight, total dominion is within our gasp. Grasp. I beg of you. Take my words to heart. Your safety is my only concern. Was that the Enchantress? Tell me... You... Haven't you tired of this charade? Stay out of this. You never were one to blindly follow Black Knight, but the order and the Enchantress must be stopped. Fool. You're headed down a ruinous path. The only path I seek leads to the Tower of Fate, and I will reach it. Never steal my shovel! Ja, ja, ich dich auch. Herzhaft? Du dummer Hohensohn. Ja, komm her. Ja, komm doch her. Ich sag's ja gern... Äh, ungern dreimal, aber... Komm doch her. Kannst du vergessen, ey. Spart dir dein Lachen. Schieb dir das sonst wohin. Wie gesagt, schieb dir dein Lachen sonst wohin. Kleiner Bastard. Weißt du, wie selten ich dich nur noch treffen muss, bis du tot bist? Seltener als du mich noch treffen musst, bis ich tot bin. Ich brauch keine Trouble Knight-Unterstützung. Der Typ stirbt auch so. Ich mein, das ist nur ein Black Knight. Eine billige Kopie von mir, oder so. Komm, das ist schon wie ohne Heilung. Dankeschön. As I said. Dankeschön, 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 Dankeschön. Und weg mit ihm. So, hier hatten wir nochmal sowas, aber darauf kann ich gerade noch verzichten. Dankeschön. Ähm. Apropos verzichten können und nicht verzichten können. Ich will hier nochmal hin. Und runter zu Chester. Und eben noch das andere Item abkaufen. Dann noch rausfinden, was es überhaupt bringt. Dankeschön. Toss a coin for a chance at riches. If you're lucky, you can win big. Ah ja. Whatever. Also raus aus der Stadt. Hüpp. Boah, das fehlt immer noch drei Items. Krasser Scheiß. Ich mag den Soundtrack von dem Spiel übrigens, der muss ich mal ehrlich gestehen. Das ist jetzt keiner, den ich jetzt so für mich auf meinen B3-Player rauf und runter hören könnte, aber... Das ist trotzdem cool. So, ähm... Erstmal... Hier könnte ich jetzt noch nicht rein, oder? Oder hat es Geld gekostet, oder so? Ach, 5000. Also machen wir das später. Na, dann springe ich jetzt mal kurz mit dem Shortcut. So viel zu Shortcut. Ja, es ist Shortcut zurück. Ja, danke. Das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ich hatte ja gehofft, dass mich das weiterbringt. Aber nein. So. Da würde ich sagen, dass wir uns hier im nächsten Part wiedersehen. Polar Night Stage. Die sieht schon sehr ätzend aus, wenn ich mir das so anschaue. Natürlich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Säklippt.